Mit dem neuen Wave Hitogami bereichert Mizuno den Markt für schnelle und leichte Racing-Schuhe. Wenn du auch eine Alternative für dein Tempotraining oder für den Wettkampf suchst, dann solltest du dich mit ihm befassen. Egal welche Fußform du hast, die Dynamotion Fit-Technologie sorgt dafür, dass der Schuh sich an deinen Fuß anpasst. Ein Stretch-Mesh-Gewebe verhindert dabei die Faltenbildung. Die Mizuno Wave-Technologie verteilt die Aufprallkräfte. Eingebettet ist diese Wave in die neue Euphoric Zwischensohle. Sie bietet den gewohnten Dämpfungskomfort, ist aber langlebiger und leichter als die Vorgängersohle. Wie es sich für einen modernen Racing-Schuh gehört, ist der Aufbau flach und besitzt wenig Sprengung. Die X10 Carbon-Gummimischung ist abriebfest und bietet guten Grip auf härteren Untergründen. Lauf bei deinem nächsten Wettkampf der Konkurrenz davon, im neuen Wave Hitogami von Mizuno. Du kannst ihn in unseren Runners Point Filialen bekommen oder gleich hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com.